herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe des wirtschaftsmagazins sein mikrofon begrüßt sie ilong huang heute geht es weiter mit dem thema immobilienmarkt seit jeher ein beliebtes ziel für leute in taiwan die ihr geld anlegen möchten auch viele personen die keine taiwanischen staatsbürger sind möchten wohnungen kaufen sei es weil sie auch investieren möchten oder eben weil sie gerne in taiwan leben und hier auch eine wohnung ihr eigen nennen möchten doch für viele nicht taiwanische staatsbürger ist es nicht einfach eine wohnung hier in taiwan zu kaufen eine große hürde wird ihnen dabei von den banken in den weg gelegt die nur ungern darlehen an nicht taiwanische staatsbürger vergeben den beitrag in der letzten woche hatte ich beendet mit dem hinweis auf die erfahrungen eines britischen unternehmers den wir hier derrick nennen wollen dieser hatte nur dank seiner hartnäckigkeit einen bürgschaftslosen hauskredit erhalten können nachdem er von 14 banken in und ausländischen rundweg abgelehnt worden war erhielt derrick schließlich seine hypothek über eine örtliche filiale einer internationalen bank allerdings erst nachdem er eine bareinlage von 50 prozent geleistet hatte das ist für die meisten menschen nicht möglich vor allem jetzt wo die preise etwa doppelt so hoch sind wie zu der zeit als ich mein haus gekauft habe sagte derrick er kennt keinen anderen ausländer dem es gelungen ist eine hypothek zu bekommen ohne dass sich ein taiwaner oder eine taiwanerin für ihn verbirgt hat ich habe einen freund in den 80ern der gezwungen war eine wohnung zu kaufen weil seine frau krank ist und deshalb hier in taiwan sein wollte sagte derrick dieser freund war ziemlich verärgert dass die wohnung wesentlich mehr kostete als in seiner heimatstadt der hauptstadt eines westeuropäischen landes in der tat scheinen beispiele von ausländischen einwohnern mit hypotheken auf ihren eigenen namen selten zu sein die einzige andere person die topics das magazin der american chambers of commerce ausländisch machen konnte war marco ein italiener der für ein technologieunternehmen arbeitet wie derrick und der andere in diesem artikel zitierte ausländische einwohner zieht es marco vor nicht seinen vollen namen zu nennen zum teil wegen der immensen schwierigkeiten die er hatte überhaupt einen kredit zu bekommen nachdem er sich zwischen 2020 und 2021 an dutzende von banken gewandt hatte darunter auch an verschiedene zweigstellen derselben institute glaubt marco dass eine kombination aus fließenden mandarin und hartnäckigkeit dazu beigetragen habe dass er eine 20 jährige hypothek mit einer 30 prozentigen anzahlung für eine 13 ping wohnung umgerechnet etwa 43 quadratmeter erhalten hat er nennt das system eine black box und stellt fest dass der entscheidungsprozess in den einzelnen filialen völlig willkürlich zu sein schien der chef in jeder filiale stellt seine eigenen regeln auf und ändert sie dann sagt er wenn sie mir eine Liste mit regeln geben dies dies und das dann mache ich das ich war einmal bei der union bank um einen kredit für ein unternehmen zu bekommen sie schickt mich monatelang auf eine aussichtslose suche bevor sie sagten ich hätte keinen haushaltssicherheit warum haben sie mir das nicht gleich gesagt marco stellt fest dass die meisten banken ausländer nicht asiatische abstammung sofort ablehnen da sie leicht zu identifizieren sind aufgrund der staatsbürgerschaftsgesetze gehen sie bereits davon aus dass man kein taiwaner ist wenn man weiß oder schwarz ist sagt er wenn mehr ausländer taiwaner würden würden die banken das nicht tun weil sie leicht wegen diskriminierung verklagt werden könnten das heikle thema des nicht aussehens wurde von einigen ausländern angesprochen als es um grundrechte und den zugang zu dienstleistungen ging mehrere befragte erwähnten fälle von staatsangehörigen ohne haushaltsregistrierung im gebiet taiwan die eine aufenthaltsbescheinigung für das gebiet taiwan besitzen diese personen hätten kaum probleme kreditkarte und andere dienstleistungen zu beantragen selbst wenn ihr mandarin nur lückenhaft sei das ist im grunde ethno nationalismus sagte marco ein beispiel für taiwans offensichtlich institutionalisierte diskriminierung entlang ethnischer grenzen findet sich laut topics in den bestimmungen für flüchtlinge so werden fälle von staatlosen zibetern die historisch gesehen bürger der republik china sind und über sich chinesen aus thailand und birma zwei gruppen die nachkommen chinesischer nationalistischer soldaten sind anders behandelt als andere asylanträge anträge von opfern politischer verfolgung aus china hongkong und makau werden theoretisch ebenfalls günstiger behandelt in einigen fällen würden personen taiwanischer abstammung mit ausländischer staatsangehörigkeit berichten zufolge freundlicher aufgenommen als andere kreditwürdigere ausländer in anderen fällen sind personen taiwanischer abstammung jedoch schlecht wenn nicht gar schlechter behandelt worden chris ein gastronom mit amerikanischer staatsangehörigkeit und einem alien residence certificate kurz er sie wurde zunächst von rund 40 bankfilialen abgewiesen obwohl er 50 prozent im voraus angeboten hatte wie marco wandte er sich an viele verschiedene filialen der gleichen bank das hängt wohl vom jeweiligen filialleiter ab sagte er ich habe es also bei acht fuhrbanks zwölf first banks und zehn cathays versucht und alle haben mir anfangs zugestimmt weil ich die hälfte in bar bezahlt habe was folgte war ein sich wiederholendes muster chris wurde um eine reihe von dokumenten gebeten und als er sie zurück brachte wurde ihm mitgeteilt dass die geschäftsleitung seinen antrag abgelehnt habe ich habe dann versucht ihnen zu erklären dass es eine win-win situation sei ich nehme keine hypothek auf das ganze haus auf und sie haben es als sicherheit sagte er er ist sich nicht so sicher ob er jemals ohne einen bürgen hätte weitermachen können denn so weit ist es normalerweise nicht gekommen als eine zweigstelle der taiwanischen first bank schließlich seinen antrag akzeptierte war dies an die bedingungen geknüpft einen lokalen bürgen in diesem fall einen verwandten zu stellen viele taiwanische amerikaner lassen sich in einem haushalt nieder weil es dann einfacher ist kredite für unternehmen und andere dinge zu bekommen sagte er ansonsten ist der umgang mit den banken sehr mühsam während die grundsätze der kreditwürdigkeit und der gegenseitigkeit mit anderen ländern theoretisch die normen für hypotheken anträge in taiwan bestimmen gibt es in der praxis keine besonderen gesetzlichen vorschriften sagt jün chen partner im taipei büro der internationalen anwaltskanzlei baker mckenzie chen unterstützt die ansicht der personen die vom magazin topics befragt wurden dass die richtlinien und praktiken von bank zu bank und von zweigstelle zu zweigstelle variieren und sagte dass die situation sehr unklar bleibt insbesondere die von der bank vereinigung der republik china aufgestellten richtlinien für die kreditvergabe unterscheiden nicht zwischen inländischen und ausländischen antragstellern die banken wenden in der regel ihre eigenen internen verfahren für die bewertung an sagt chen der rechtsberatung zu immobilienbezogenen verträgen anbietet zu den kriterien gehören der nachweis eines festen arbeitsverhältnisses eine gute bonität und gehaltsabrechnungen um die rückzahlungsfähigkeit zu belegen auf anfrage von topics bestätigte das banking büro der taiwanischen finanzaufsichtskommission die ausführungen chens das amt bezog sich auf die 5p prinzipien und erklärte dass diese den finanziellen status eines antragstellers die fähigkeit zur rückzahlung und die qualität der sicherheiten umfasse da es leicht nachweisbare fälle von erfolgreichen unternehmen gibt die hohe bareinlagen angeboten haben um dann rundweg abgelehnt zu werden wirft natürlich fragen auf es gibt jedoch anzeichen dafür dass verschiedene behörden das problem erkannt haben diese suchen laut topics nach verschiedenen gesprächspartnern um neue ideen zu bekommen wie man dieses problem lösen könnte laut marco ist das größte hindernis für fortschritte das fehlen eines durchsetzungsmechanismus er verweist auf unabhängige aufsichtsbehörden und menschenrechtskommissionen in anderen ländern die bei diskriminierenden praktiken problemlos geldstrafen oder andere strafmaßnahmen durchsetzen könnten ein weiterer systemischer fehler ist seiner meinung nach der einsatz von doppelagenten in taiwan er weist darauf hin dass es auf den immobilienmärkten westlicher länder in der regel getrennte kaufagenten für den käufer und verkaufsagenten für den hauseigentümer gibt hier machen die makler beides und verhandeln zwischen ihnen und dem verkäufer was meiner meinung nach einen interessenkonflikt darstellt das größte kopfzerbrechen bereitet marco allerdings vielleicht der seltsame teufelskreis in dem er sich befand einerseits verlangte sein immobilienmakler eine anzahlung von 20.000 taiwan dollar und einen unterzeichneten vertrag um ein gebot für eine immobilie abzugeben wobei die anzahlung nur zurückerstattet wurde wenn das gebot fehl schlug nicht aber wenn die bank seinen hypothekenantrag ablehnte andererseits sagt er dass die banken erst mit ihm über die konditionen sprechen wollten nachdem er den kaufvertrag unterzeichnet hatte das ist eine schleife aus der man nicht entkommen kann sagte er es ist also wirklich nicht so einfach eine eigene immobilie in taiwan zu erwerben zum einen weil es eben beliebte investitionen sind und deshalb die preise immer weiter in die höhe schnellen und zum anderen aufgrund der teilweise diskriminierenden behandlung der banken von kreditsuchenden und damit verabschiede ich mich für heute am mikrofon bei ilan vielen dank fürs zuhören